Ja, ist schon wieder dunkel, ne? Die Fackeln sind weg. Guck mal hier, hier. Oh, schon hier im Dunkeln, ne? Ja, ja. So schnell geht das. Schon wieder dunkel. Tja, vielleicht liegt es an mir. So. Schick, Terrasse fertig. Ich wünsche mir mal eben ganz doll, dass die Nacht ganz schnell vorbei geht. Weil wenn man sich das so doll wünscht, dann geht das auch schnell. So, jetzt bräuchten wir, jetzt wäre natürlich cool, einen Tisch mit Stühle. Aber, was hier ja nicht so richtig funktioniert hat, schon in unserem Essenssaal, nicht? Da drin. Im Haus, in unserem Anwesen. Wir haben hier ja diese Plank, also Holz, Stief, nicht, ja, Stiefchen, ne? Also, so halb. Wie heißen die noch? Halfblocks. Ja. Aber die kann man jetzt, glaube ich, nicht setzen. Wie ist das eigentlich? Also, ein paar Blöcke kann ich hier jetzt nicht wirklich setzen, ne? Wenn ich den jetzt nehme. Ne, ist nicht da. Und wenn ich den jetzt mit dem Konsolenbefehl mal mache. Wie war denn das noch? GIF Block. Ähm. Was war das? Plank. Und dann Halfblock hieß das, oder? Halfblock, so geschrieben. Block, Halfblock. Ich habe was received. Okay. Was sind das jetzt? Ne, das mit, ach, diese hier. 15, ja. Einer wurde hier zugefügt und einer hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man die jetzt sehen kann, nachdem ich die per Konsolenbefehl. Nein. Er funktioniert nicht. Schade, 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 schade. Naja. Haben wir sonst noch eine Möglichkeit, uns hier schöne Tische irgendwie, irgendwie Tische da draus zu machen? Nicht wirklich, ne? Not really. It's not really possible. Verdammt. Ist das Papier? Hm. Ja, dann lassen wir das erstmal noch, ne? Hauptsache erstmal eine Terrasse. Vielleicht reicht ja auch, äh, nun erstmal Stühle. Das ist doch auch erstmal okay. Stühle. Dann nehmen wir da doch mal diese Holzstufen für. Hier, Glas brauchen wir gerade nicht. Holzstufen, die funktionieren ja jetzt eh nicht. Oh, dann dieses komische Holz mach ich mal eben weg. Und dort. Oh, jetzt scheint in die Sonne hin. Da ist jetzt, ist das ein Stern? Komisch. Komisch. Ja, wie soll denn das hier sein? Nein, la 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 la. Hm. Hier so eine Holzbank. Und vielleicht nochmal, ach, das geht ja nicht, ne? Über Eck. Nee. Schade, das haut noch nicht hin. Dann kommt da halt, äh, normales Holz da so hin. Das macht ja nichts. Ja, komm. Ist jetzt nicht völlig scheiße, oder? So. Ja, das ist ja schon mal, also für so angedeutet, ist das doch schon mal ziemlich in Ordnung. Vielleicht müsste das hier irgendwie was anderes, ein anderes Holz sein. Damit das mehr zur Geltung kommt. Machen wir das mal? Das war ein bisschen mächtig, ne? Ich nehme mal das. Ja, das, das sind wir jetzt so. Und hier. Das ist schon wieder zu krass, ne? So als Tisch. Ich glaube, hier die Bank, die bleibt ohne Tisch und hier hinten haben wir so eine Sitzecke. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Und hier oben? Was machen wir hier oben? Oder soll da doch ein Kamin rein? Wäre ja möglich. Bin ich mir noch nicht sicher. Allerdings, wenn wir schon so ein cooles Teil hier auf dem Wasser haben, dann kann man da aber auch ruhig einen schönen Sprungturm machen, ne? jetzt mal ganz ehrlich. Um da schön ins Wasser zu springen. Und ich denke, das machen wir mal hier hinten. Oder hier an der Seite. Ah, das ist natürlich. Ja, zu welcher Richtung sollte man das machen? Vielleicht nach, äh, nach hier, zu hier? Das jetzt natürlich. Oder fängt das gar nicht auf dem Dach an, sondern hier irgendwie? Ist das okay? Wo soll denn unser Sprungturm hin? Das, äh, ist ja jetzt eine gute Frage. Wir machen jetzt einfach den Versuch und das Teil kommt, äh, dahin. So, wie hoch darf denn so ein Ding sein? Wie hoch ist denn das jetzt? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Meter? Ja, reicht erstmal, ne? Nicht, dass da noch einer kotzen muss. Äh, denn weiter hier Holz. Schönes Holz. Cool? Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht ein breiter. Aber nur oben breiter. Und hier ist das aus, äh, Kostengründen dann, äh, und vor allem aus Gewichtsgründen nur hier eine Säule und nicht jetzt drei nebeneinander. So, und dann haben wir auch gleich mal einen schönen Grund, hier Leitern zu benutzen. Und Zaun. Haben wir noch ein bisschen was übrig? Zaun haben wir auch noch. Ja. Dann erstmal den Zaun. Komm mal hier. So. Sieht so ein Sprungturm aus. Also jetzt mal grob. Und da dann. Ja, hier muss dann irgendwie Leiter. Haben wir hier aber auch ein sommerliches Badeparadies, so. Hm. Was machen wir hier? Geht das? Kommt man nicht mehr hoch, ne? Das muss auch abgesichert sein. Ihr wisst schon. Safety first und so. Ach, scheiß auf Safety. Ich hoffe, das hat Spaß. So ist das gut. Oder kommt hier? Ich hau das nochmal weg. Hier vielleicht noch. Sowas hin. Oder sowas. Oder vielleicht lieber ist das eine Stufe? oder das ist normaler Brick. Ich möchte eine Brickstufe mal ausprobieren. Da haben wir die. Wie das aussieht. Wenn wir das so machen. Ja, kann man erst mal so lassen. Okay. Und vielleicht wird das Ding noch ein länger als die Treppe. Äh, als der Zaun da oben. Ja, okay. Dann raus aus dem Zaubermodus. Wird schon wieder dunkel. Oh, ich nehme schon wieder gleich eine halbe Stunde auf. Hm. Obwohl geht ja. Jetzt kann ich ja wieder längere Folgen aufnehmen. Oder längere Aufnahmen machen. Mit mehreren Folgen. Ich hatte die letzten Male ja immer nur eine Folge pro Aufnahme gemacht. Weil ich ja so sehnlichst auf die neue Stable Version gewartet habe. So, ich mache mal eben. Ich wünsche mir mal eben den nächsten Morgen herbei. Oh, hat geklappt. So, aber jetzt ist die... Schick. Jetzt ist die Stable Version ja endlich da. Juhu. Ja? Wollen wir mal nicht meckern? Kommt man hier so lang? Dumm, die dumm, die dumm. Ich bin im Urlaub und hier ist mein Schwimmbungalow. Guten Tag. Hallo? So. Vielleicht gibt es da doch noch einen Kamin. Auf jeden Fall möchte ich aber noch eine Treppe nach oben. Darum machen hier die Fenster keinen Sinn. Äh... Ja, wie läuft denn das hier so? Kommt man da rein? Treppe hier so nach oben oder da so nach oben? Wir machen mal... Nein? So. Jetzt muss ich mir hier, glaube ich, so Hilfen hinstellen, ne? Geht das so in Ordnung? Nein! Da haben wir jetzt die Treppe. Da kommen wir nicht... Ja, das ist ja eigentlich gut. So. Wir hier so hochgehen. Der muss dann noch weg. Äh... Was ist denn hier jetzt? Nein! Aber so. Ja. Noch einen nach hinten ist schlecht, weil da hinten... Da sollte ja auch noch ein bisschen was... Ach, oder um die Ecke. Das geht natürlich auch. Schön mal hier um die Ecke. Weißt du? Weißt du Bescheid, ne? Dann müsste das hier so hin? Nein. Das weg. Da einer hin. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Hier wieder dicht. Kann man ruhig machen, oder? Sieht das ein bisschen komisch hier aus. Das können wir ja mal so abverkleiden. Und dann kommt hier der Kleiderständer. Wenn dann hier der Kleiderständer endlich implementiert ist... Wohl, da brauchen wir auch so. So? Ist das irgendwie was? Vielleicht wird das noch eine Tür. Nach draußen. Ja, von der Küche hier direkt, ne? Zum Getränke servieren. Und die Grillsachen aus dem Kühlschrank holen. Dann hast du es hier ein bisschen kürzer. Jetzt sind nicht hier so erst nach außen. Dann stolperst du hier vielleicht über den Zaun. Dann musst du hier rum. Rennst vielleicht gegen den Turm. Alles verschüttet. Die Würstchen fallen nach unten. Die Gäste sehen das. Ach, das ist auch mal blöd und blöd. Ne, da ist das schon besser, wenn man dann hier direkt aus der Küche... Die ja irgendwo sein wird. Äh, hier direkt. Hallo? Äh, Getränke? Würstchen? Ja, das passt. So, dann kann man jetzt hier schicke nach oben. Zack, 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 zack. Guten Tag. Und irgendwas möchte ich ja hier natürlich noch haben. Ich glaube, eine einfache Sitzgelegenheit. Oder hier nochmal das gleiche Spiel wieder oben. Mit solchen Sitzbänken und den Holzstämmen und einem Tisch hier. Ja, kann man ruhig machen. Das ist hier natürlich auch wieder ein bisschen... Ja, eng. Hätte man das vielleicht lieber da machen sollen. Aber das kommt auch das gleiche raus. Das Teil wäre ja trotzdem hier gewesen, ne? Hier die Bank, einer frei. Oder eben kein Tisch. Schön. Wir lassen das erstmal so. Gefällt mir ganz gut. Wir hatten ja auch schon... Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Vielleicht ein bisschen ausfackeln, dass das im Dunkeln leuchtet. Das wäre vielleicht noch was. Hier... Hier... Und... Uh... Hier oben auch noch. Und natürlich hier. Und... Hap! Äh... Ptsch! Oh, das dauert aber lange. Äh... Hier unsere Sauerstoffanzeige. Die haut auch noch nicht so richtig hin, ne? Zumindest läuft die nicht ab. Aber... Das... Ja, wie man sieht, das ist einfach alles schon in Vorbereitung. Das wird so ein cooles Spiel. Ich meine, das ist schon ein cooles Spiel. Das wird noch so viel geiler. Noch 3000 Milliarden Mal mehr geil. Als jetzt. Ich schwöre. Nur, dass ein Wasser rauskommt. Das kriege ich noch nicht hin. Deswegen hier mal eben hingeflogen. So, ich wollte nochmal eben schnell gucken. Ach, die Aufnahme ist eigentlich zu Ende. Aber komm, was soll der Geiz? Äh... Einmal raus hier. Da, so. Nö, 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 nö. Hier kommt der noch. Hier ist unser Privatstrand, ne? Mit schöner Ausblick und so. Hier muss dann irgendwie noch eine Treppe hoch. Oh, ich bin dort. Das ist sehr schade. Dafür sind wir hier direkt mal... ...gespawnt. Hat sich hier was getan? Hallo? Was mit dir denn? Warst du das Update nicht vertragen? Ah, ja. Ja, und dieses Witzgeräusch. 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 Naja. So, ähm... Nochmal eben schnell gucken. Dumm, didum, 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 didum. Oh. Ah, schon wieder? Ja, wenn man zu blöd ist, ne? Ähm... Unser Sommerhäuschen. Das da. Das hatten wir ja verbunden. Mit unserem schönen Steg da hinten. Also Steg wie, äh, Brücke. Nicht Steg wie Schnitzel. Mhm. Hm. Ja, vielleicht sollte man... ...das hier durch so ein... ...Geländer noch begleiten. Ja, hier einmal runter. Wieder hoch. Und züttelü. Und hier nochmal runter. Hier müssten wir entweder dicht bauen... ...oder Zaun dran machen. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte hier noch ein Holz haben. Dankeschön. Hier geht's dann lang. Dumm, didum, 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 didum. Und zack. Jetzt sind wir hier auf der schönen Brücke. Jetzt können wir hier einmal... ...zu unserer... ...Verzeihung. Lagune. Mit unserem schicken neuen Haus. Oder... ...den ganzen Weg zurück. Von hier sind wir hergekommen. Hier lang... ...schön. Also diese Leitern am Sunstone machen sich ganz gut. Übrigens, der Sunstone hat eine neue Textur. Habe ich schon erwähnt? Hatte ich schon mal drin vorher? Weiß ich es gerade nicht. Naja, egal. So, hier geht's dann Richtung unserem Garten. Auch so von weiter weg. Also diese Leitern auf den Lampen, das passt ganz cool. So. Ja, wir haben aber auch einen riesen Park hinterm Haus. Und da ist das Anwesen. Schön, schön. Tja. Und ich glaube, ich mach nochmal eben hier... Äh... Ha... Ne, Quatsch. Haarspeed. Und das. Um nochmal eben ganz fix zu unserem... ...Dingsen hier zu kommen. Dann habe ich noch einen schönen Screenshot, Dan. Gleich. Ein bisschen hell. Hier ist denn das? Ich mach mal Nacht. Ja. Ist jetzt auch... Das ist ganz cool so, ne? Wenn ich eine Fackel in die Hand nehme? Ja, okay. Ich restore mal mein Speed. Geh aus dem Modus raus. Ja, dann kann ich das hier auch gleich als Screenshot benutzen. Oh ne, dafür ist es schon wieder zu dunkel. So. So. Egal. Gut. Ich denke... Oh, schon wieder lang gedauert. Ich beende diese Aufnahme jetzt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.